Hallo und herzlich willkommen zu Overwatch ja wie gesagt was ist jetzt gerade aufgenommen ich sag nochmal hallo und herzlich willkommen zu Overwatch ja ähm wir spielen mal wieder Tempel des Anubes boah ich hab irgendwie die Aufnahmen sind heute sehr scheiße irgendwie ich weiß auch nicht die wollen heute irgendwie nicht mit mir weil ich hab grad was aufgenommen ja und äh das ist aber wieder verschwunden ich hab also hier wie Mercy also nicht bei Tempel des Anwes mit Mercy hab ich dann auch hier viele Leute geheilt hab ich gesagt hm hm nenn die Folge Mercy im Einsatz oder so aber nein natürlich nicht das will aber das will Playstation ja nicht ich hab mich richtig mit dem Arsch gefühlt ich will da hoch danke du brauchst ernstliche Versorgung? mein Ultimator hält noch auf ich schütze dich was hat sie das wenn die immer auf den Heiler gehen das ist zwar typisch aber trotzdem heilt mich das war jetzt gar nicht gut das war jetzt gar nicht gut oh Gott ey ok gut warum 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 bin ich wieder Mercy was warum muss man immer da hinlaufen oh das ist nervig wo wo oh oh es ne Wollte ich gerade erst auf Gegner heilen. Ich bin auch ein bisschen doof, ne? Naja, gut. Eieee, kann ich bitte jemand anders sein, das ist langsam echt belastend. Was soll das denn? Was soll das denn? Oh Gott, ey. Nice. Ah, sehr doof. Naja, kann ich doch die Folge immer was sie nennen. Ich mache kurz hier einen Cut wegen Spiele suche und so weiter. Wir sehen uns bis gleich. Ähm. Landeanflug auf dem Waden. Ja. Gott. Ähm. Ja. Wir kommen zurück. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Weiner hat, ne? Weiner kann ich ja nicht spielen. Ich hoffe, ich kriege den jetzt dann auch nicht. Ich meine, ich bin ein bisschen belastend. Oh ja, das geht. Oh. Das ist ja annehmbar. Dankeschön. Genau. Nein. Nein. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Deswegen managell schlafen sie sich ein bisschen weggeschaft hat. Ich hab's immer noch da. Hallo. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. So. Ja, ich bin ja ein Camper, ne? Guck mal, ob da los ist, ey. Kommt her und teilt euch! Ach, Symmetra, ne? Boah. So nervig, ne? Boah. Symmetra mag ich nicht, ey. Heute sind wir alle Soldaten. Genau, wir alle. Taktische Notwendigkeit. So. Barriere aktiviert. Mir stirbt keiner weg. Alle herkommen und heilen. Kommt her und teilt euch. Ein Ultimat ist fast wieder einsatzbereit. Wo ist der verdammte unrelative Fähigkeit? Ist bereit. Gegner aufgewacht! Ich hab den feinlichen Teleporter gefunden! Ich hab den feinlichen Teleporter gefunden! Ja. Ja. Puh. Ich bin grad... Spielt die heilende Ruhe! Soll ich lieber beim Punkt sein? Weiß nicht. Feindliches Geschütz verhast! Feindliches Geschütz vernichtet! Am Ende werden wir alle eins mit dem Universum. Genau. Verbindlichsten Dank! Vielen Dank! Der witzige Moment war meiner Punkt weg! Hallo! Ich hab dich im Visier! Sie bereich gesagt! Los geht das Spiel! Ich hab die Entfernung nicht gebrochen lassen! Ich hab ihnす für mich gemacht! Ich hab dich im Visier und ihnen einfach gebrochen lassen! Alles gut! Das ist ein Schnapp. Komm, das ist mehr Fame. Das ist ein Schnapp. 60 Sekunden. Wir haben Besuch. Danke. Oh, okay. Oh, okay, yep. Wow, kann ich mal aufhören, ne? Ja. Ja, aber... Verstetigt. Danger. Nice gemacht. Alter. Das war möglich neu, aber leider. Na, ab. Ja, da war da nicht so da. Ja, wir sagen, vielen Dank für... ...wann es schon zwei... ...ich glaub schon. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Warte, ich gucke mir direkt mal was an. Ja, ja. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, zwei... ura. K2